Hallo ihr Lieben, das ist ein Video, das ich mit der Frage beschäftigen will, zumindest, was ist eigentlich liebevoll, was bedeutet liebevoll und warum sind wir es so selten faktisch? Ich muss vorab schicken, dass es ein Video ist, das wahrscheinlich niemandem hilft, außer mir, während ich es einspreche. Also ich habe Spaß, in der Regel, während ich Videos mache, aber darüber hinaus dürfte sich der Nutzen in engen Grenzen halten, weil es einfach, erstens sind es nur Worte und zweitens ist es wahrscheinlich ziemlich verkopft, aber mir macht es Freude, deswegen tue ich es. Ich habe seit längerem eine kleine Privattheorie zur Liebe oder zum Liebevollen und das ist jetzt erstmal, ja, vielleicht ein wenig überraschend, vielleicht auch erstmal, vielleicht aber eben doch überraschend, ich weiß es nicht, man kommt ja auch darauf an, woher man kommt und was man normalerweise so denkt. Und zwar, dass es tatsächlich viel mit unseren Grenzen zu tun hat, mit der Anerkennung unserer Grenzen und dass eben im Umkehrschluss das Nichtliebevolle immer auch etwas mit sozusagen über die eigenen Grenzen drüber gehen zu tun hat. Und um also dann ins Liebevolle zu kommen, also in einen liebevollen Modus, eine liebevolle Tätigkeit, ein liebevolles Dasein, wie auch immer, müsste man erstmal anerkennen, dass es überhaupt sowas gibt wie Grenzen. Also kurz gesagt, dass es auch im menschlichen Bereich sowas gibt wie ein Sein. Das ist nicht selbstverständlich, es wird nämlich häufig negiert und häufig wird auch eben eher über die Grenzerweiterung gesprochen und also die Grenzerweiterung hochgehalten. Das heißt, wir sollen gerade nicht bei unseren gegebenen Grenzen bleiben, so wird geredet und so wird sich auch verhalten, sondern wir sollen unsere Grenzen erweitern. Das ist zum Beispiel in vielen Formen von Erziehung, dass man das versucht, man zieht also an den Leuten, bis ihre Grenzen woanders sein sollen. Deswegen ist eben auch die allermeiste Erziehung nicht sonderlich liebevoll oder auch in den meisten Formen von Training. Ja, also Training dient ja auch der Grenzerweiterung, dass man danach andere Grenzen hat als vorher. Damit will ich nicht sagen, dass es kein liebevolles Training geben kann, aber es ist selten. Denn faktisch ist es in unserer Gesellschaft selten, dass dort, wo trainiert wird, liebevoll trainiert wird. Denn wenn liebevoll trainiert wird, ist eben auch sozusagen die mögliche oder ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, die aus sich selbst herauskommende, die vielleicht organische Grenzerweiterung oder was wir manchmal Wachstum nennen. Da sind wir ganz schnell bei diesem, ein Grashalm wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Wo das gewürdigt wird, auch auf welche Art und Weise Grenzen sich erweitern lassen. Also sozusagen, dass in der Bewegung der Grenzerweiterung selber eine Grenze ist, also sozusagen eine Bewegungsgrenze, eine Wachstumsgrenze, eine Erweiterungsgrenze, die eben auch gewürdigt werden muss. Ja, also sozusagen, es geht dann vielleicht auch viel um die Geschwindigkeit. Generell scheint mir das Liebevolle viel eben auch mit Tempo zu tun zu haben. Und in der Regel, das Nicht-Liebevolle ist meistens einfach zu schnell. Ja, und also möchte schneller wohin kommen, als es liebevoll möglich ist. Und umgekehrt ist eben dann das Liebevolle eben, hat viel auch mit Langsamkeit zu tun. Das kann, muss nicht heißen, dass nicht das auch plötzlich eine irre Dynamik kriegen kann. Und irre, also hochenergetisch nenne ich mal das mal, also auch irre, energievoll werden kann. Es muss gar nicht immer sanft und leise oder irgendwie so sein. Es ist aber mehr so, forciere ich das, also erzwinge ich das? Oder lasse ich es passieren, lasse ich es kommen, lasse ich es geschehen? Oder bin vielleicht auch schon da überrascht, wann es geschieht, ohne dass ich das geplant habe? Und dann sind wir eben auch ganz viel bei eben Plänen und Zielen. Und in der Regel, wenn wir mit Plänen und Zielen agieren, fällt es uns wahnsinnig, wahnsinnig schwer, liebevoll zu bleiben. Wenn, vielleicht ist es sogar unmöglich. Also man könnte drastisch behaupten, in dem Moment, wo wir Pläne und Ziele haben, kippen wir so gut wie immer aus einem liebevollen Modus heraus. Und das erklärt vielleicht auch ganz gut, warum wir im Alltag höchst selten liebevoll sind, weil im Alltag wir sehr viele Dinge nicht machen könnten und auch nicht erreichen würden, wenn wir liebevoll bleiben würden. Das heißt, hat gesagt, das Liebevolle hat seinen Preis. Und hätte es das nicht, wenn wir, weil es ja auch sehr schöne Seiten hat und sehr angenehm ist, immer liebevoll und insofern ist es also durchaus erklärungsbedürftig, warum wir nicht immer liebevoll sind. Und die Erklärung, ganz banal ist erstmal, es muss irgendeinen Preis haben. Und jetzt ist eben die Frage, was ist dieser Preis? Und aus meiner Sicht ist der Preis, wir können ganz viele Dinge nicht erreichen, wenn wir liebevoll bleiben. Ja, da gibt es einen Trade-off. Ja, also man muss, was von beidem will ich haben. Und viele Dinge sind auch, wie soll man sagen, so, dass wir, wenn wir sie nicht erreichen, es auch wiederum drastische Folgen für uns hat. Da geht es dann also um so etwas wie Kurzzeitbedürfnisse, Langzeitbedürfnisse. Und im Nicht-Liebevollen würdigen wir eher unsere Langzeitbedürfnisse oder vielleicht auch den Umstand, dass wir eben in einer komplexen Gesellschaft leben voller Verpflichtungen, denen wir gerecht zu werden versuchen, denen wir aber in einem liebevollen Modus nicht gerecht werden können. Und insofern ist möglicherweise das Liebevolle heute nur mit einem gewissen Ausmaß an sozialem Rückzug überhaupt lebbar, weil wir sonst eben in den Modus von Erwartungserfüllung kommen. Und im Modus der Erwartungserfüllung ziehen und zerren wir ganz viel an uns selber und im Resultat dann meistens auch sehr viel an anderen Menschen, weil wir was erreichen wollen. Und dann gibt es ja noch, was man auch nicht unerwähnt lassen sollte, Menschen, die also sozusagen fast allergisch sind gegen alles Liebevolle, die also auch darüber sich despektierlich äußern oder verachten, einfach das Verachten oder Ekel davor haben oder auf jeden Fall unmittelbare intuitive Abwehr. Was ist da los? Auch eine komische Privattheorie von mir. Meiner Meinung nach würdigen diese Menschen einfach, also die sozusagen unempfänglich sind für alles etwas, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, langsamere, sanftere, weichere, organischere, die also immer das Loblied der Härte und des Machens singen, die Tag ein, Tag aus, in jeder Sekunde ihrer Wachzeit. Was ist da los? Meines Erachtens würdigen diese Menschen einfach, dass wir derzeit in einer Kampfwelt leben. und antizipieren. Also sozusagen, sie sind vorausschauend. Und vorausschauend sind sie insofern, als sie antizipieren, würden sie sich jetzt darauf einlassen und vielleicht sogar am liebevollen Geschmack finden, hätten sie in der Kampfwelt, von der sie ausgehen und von der sie vielleicht, mit der sie vielleicht auch ganz unmittelbar konfrontiert sind, tatsächlich Nachteile. Ja, also, ich weiß nicht, ob es sowas wie liebevolles Kämpfen gibt, vielleicht, ja. Es gibt ja zum Beispiel, ich weiß nicht, wer das kennt, es ist auch so eine Referenz von mir, die Kraft der inneren Kampfkünste, ist so ein komisches Buch, steht bei mir im Regal, habe ich, glaube ich, zwei, dreimal gelesen. Also, da wird manchmal unterschieden zwischen den äußeren und den inneren Kampfkünsten und die, faszinierenderweise sind die inneren Kampfkünste so, dass sie ohne schmerzvolles Training auskommen. Also, wenn man so in komische Kung-Fu-Filme schaut, wo dann der Held der Geschichte doch einen harten Meister doch ein hartes Training gibt und dann greift er in die glühenden Kohlen, um sich abzuhärten, das sind die äußeren oder die harten Kampfkünste. Und innerhalb der inneren Kampfkünste ist so ein Vorgehen, um sozusagen die eigene Kraft zu kultivieren, verpönt, also geradezu verboten, man macht das nicht. Und möglicherweise gibt es sowas wie ein liebevolles Kämpfen, also, wer ein Beispiel dafür kennt, dass wahrscheinlich die bekannteste innere Kampfkunst ist Tai Chi, häufig ja gar nicht mehr als Kampfkunst irgendwie praktiziert, sondern als Gymnastik oder Gesundheitsübung. Die Leute, bei denen ich das mal gemacht habe vor Jahren, haben immer betont, es ist eine Kampfkunst und man sollte das nie vergessen. Und wer es vergisst, hat nicht das Ganze und so. Die waren da ganz ideologisch. Aber nur wenn man eine Vorstellung davon haben will, ist auch weiches Kämpfen, ist auch sanftes Kämpfen möglich, dann hat man da vielleicht einen Fingerzeig. Ja, möglicherweise geht das. Aber intuitiv ist das erstmal nicht. Es wäre sozusagen Kämpfen ohne die Haltung des Kampfes, also ohne sozusagen unsere Fight-or-Flight-Schaltkreise anzuzapfen. Das ist ja immer naheliegend. Wir können durch diese Fight-or-Flight, also Kampf- oder Flucht-Schaltkreise, die es ja in jedem Menschen gibt, in kurzer Zeit irre viel Energie freisetzen und mobilisieren. Das ist wie so ein Alarmzustand. Und den können wir aktivieren, den können wir anzapfen. Und es gibt Menschen, die zapfen denen die ganze Zeit an. Also die machen aus einem Modus, der eigentlich für den Ausnahmezustand und für kurze Zeit gedacht ist, wahrscheinlich von der Biologie, oder sagen wir mal so, der in einer fiktiven Vorzeit gelegentlich aktiv war und dort seine Berechtigung und seine Funktion hatte, machen sie einen Dauermodus. Sie sind also die ganze Zeit im Fight-or-Flight-Modus, das heißt, sie sind die ganze Zeit angespannt. Oder mit anderen Worten, sie sind die ganze Zeit nicht liebevoll, weder zu sich noch zu anderen. Und also diese Schaltkreise gibt es und sie haben ihre Berechtigung, aber in der Regel sind sie halt für Extremsituationen gedacht. Und bei diesen Kampfkünsten, von denen ich zumindest vage gehört habe oder annehme, dass es sie gibt, ohne dass ich sie derzeit praktizieren würde, also ich rede hier von Dingen, von denen ich keine Ahnung habe oder nur ganz leise Ahnung habe, wenn überhaupt, scheint es so zu sein, dass wir ganz bewusst darauf verzichten, dieses Mehr an Energie, das wir sofort freisetzen könnten, anzapfen und nutzen. Also wir nutzen sozusagen Schaltkreise, die wir haben, durchaus haben, die in uns natürlich angelegt sind, bewusst nicht, weil es langfristig abträglich wäre. Und also ich würde davon ausgehen, dass jemand, der also die ganze Zeit angespannt ist, kurz oder lang, meistens über mittel, mittellang, Probleme kriegt, gesundheitliche und psychische Probleme. Weil dafür ist halt unser Körper nicht ausgelegt, die ganze Zeit angespannt zu sein. Also der Wechsel von Anspannung und Entspannung hat ja auch was Natürliches und die meiste Zeit sind wir wahrscheinlich dafür tatsächlich gemacht oder darauf hin angelegt, dass wir entspannt sind. Und selten dann mal ausnahmsweise angespannt. Das ist auch der Hintergrund, warum man immer sagen kann, der Mensch ist ein faules Wesen, das eigentlich für so eine Arbeitswelt, wie wir sie heute haben, einfach gar nicht gemacht ist. Wo er ja von Daueranspannung lebt. Wo man versucht, möglichst viel aus sich herauszuholen und auch andere versuchen, möglichst viel aus einem herauszuholen. Und, und das ist halt, da sind wir dann in dieser Kampfwelt und Konkurrenzwelt. Mittlerweile konkurrieren ja auch Gesellschaften darum. Das haben wir in so Diskussionen wie, welches Land hat wie viele Feiertage und welche Folgen hätte es, wenn wir eine Viertagewoche einführen oder eine Sechstagewoche wieder, wie es mal war. Ich meine, es gab auch mal Zeiten, da war es üblich, dass es gar keinen Feiertag gibt. Ich weiß nicht, die Älteren erinnern sich. Und dann kam, ja, so ein Tag sollte frei sein, zwei Tage sollten frei sein. So, und es gibt überhaupt auch eine Begrenzung der Arbeitszeit. Ich meine, nicht so viele Generationen her, dass die Leute regelmäßig in komischen Fabriken 50, 60, wenn nicht mehr, Stundenschichten hatten. Und es gibt ja auch Menschen, die heute noch so arbeiten. Aber generell scheint der Mensch nicht darauf ausgelegt zu sein, halt in diesem Ausmaß angespannt zu sein die ganze Zeit. Und wenn er es dann doch tut, dann hat das Folgen. Und diese Folgen haben etwas mit den natürlichen Grenzen von den naturgegebenen, einfach da seienden Grenzen von Menschen zu tun. Das heißt, wir leben in einer Welt, in der wir mit dem Naturwesen Mensch, also mit dem Wesen, das wir selber sind, nicht gerade sachgemäß oder mit anderen Worten nicht gerade liebevoll umgehen. Und das ist dann sehr spannend, dass liebevoll und sachgemäß als Synonyme begriffen werden können. Und um also diese eher kontraintuitive Synonymität, also dass zwei Dinge, die erstmal in unseren Hirnarealen eher an so getrennten Orten abgespeichert sind oder nicht eng verknüpft sind, dass man plötzlich die ganz nah beieinander hat, das kann man sich vielleicht klar machen im Umgang, im liebevollen Umgang mit sowas wie Pflanzen und Tieren. Es gibt ja Menschen, die haben diesen berühmten grünen Daumen oder sie können sehr gut mit Tieren umgehen oder sie können sehr gut auch mit kleinen Kindern umgehen. Das ist oft gekoppelt. Das sind so ähnliche Qualitäten oder ähnliche Arten da zu sein. Und alle, in allen diesen Formen, ist sozusagen das eher liebevolle oder auch dann oft spielerische, und nicht unbedingt wahnsinnig zielorientierte, also der Bringer überhaupt. Und gleichzeitig handelt es sich, zumindest aus meiner Sicht, um sachgemäßen Umgang. Also Leute, die liebevoll mit Tieren und Pflanzen und kleinen Kindern umgehen, gehen sachgemäß mit Tieren, Pflanzen und kleinen Kindern um. Und das wird also unmittelbar zurückgezahlt. Da gibt es dann unmittelbare Resonanzphänomene, die bei den Angespannteren unter uns, zu denen auch eher ich zähle, nicht passieren. Und das merken, gerade bei Tieren, bei bestimmten Tierarten merkt man das, das spüren die ganz unmittelbar, also wie entspannt ist dieser Mensch. Das ist sozusagen für die, ja, wie kann man sagen, das ist so die absolute Oberfläche. Also sozusagen, die werden nicht abgelenkt durch die tausend anderen Eigenschaften, durch die wir Menschen abgelenkt sind. Die gucken direkt, so kann man mit diesem Menschen was anfangen. Und das ist für die, glaube ich, denke ich, in der Regel ganz offenbar. Das ist sozusagen die erste Info, die sie abgreifen und die sie also, sie gerade so anspringt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass sich viele Tierarten, gerade Haustiere, die also an Menschen bereits angepasst sind und erhöhte Empathiefähigkeit haben, tatsächlich auch, sagt die Forschung, dass die sich nicht anstrengen müssen, um wahrnehmen zu können, in welchem Zustand wir sind. Das springt denen sozusagen geradezu ins Auge, ins Ohr, in die Nase und so weiter. Und ich gehe davon aus, dass wir Menschen das auch können, aber dass in der Regel von den tausend anderen Zielen, Erwartungen, Verpflichtungen, in die wir eingesponnen sind, abgelenkt sind. Das heißt, grundsätzlich haben wir die gleichen Intuitionen und können also auch ganz unmittelbar wahrnehmen, in welchem Zustand ein anderer Mensch ist. Aber wir sind so beschäftigt mit den tausend anderen Dingen, die uns, im Unterschied zum Beispiel zu unseren Haustieren, ablenken, dass wir da nicht mehr rankommen. Also sozusagen zugedeckt durch anderes, durch andere Fokussetzungen oder durch andere Gebundenheit unserer eigenen Aufmerksamkeit. Und weil unsere Aufmerksamkeit von so vielen Dingen gebunden ist, kommen wir zu dieser, wie geht es eigentlich dem anderen, also eher, weiß ich gar nicht, empathischen Wahrnehmung oder unmittelbar, ja, der Seinswahrnehmung, möchte ich es mal so pathetisch nennen, kommen wir da gar nicht mehr hin. Also wir sind zu beschäftigt, um wirklich bei uns und beim anderen zu sein und das auch noch gleichzeitig. Das ist ja auch schon eine ganz schön fordernde Kiste. Also wenn man sagt, liebevolles Miteinander ist eine gleichzeitige, nicht wertende Wahrnehmung von sich und dem anderen, dann ist das bereits wahnsinnig anspruchsvoll, weil es zwei Fokussetzungen sind. Da kann man schon fast in Frage stellen, ob der Mensch das überhaupt kann, ob wir das überhaupt können. Zwei Fokus, ist das der Plural? Zwei, 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 ja, weiß ich nicht, Konzentrationspunkte gleichzeitig. Ja. Aber letztlich ist ja ein liebevolles Miteinander mindestens ein beständiges, ganz organisches, wie so ein Ping-Pong-Spiel, hin und her springen von liebevoller Aufmerksamkeit für dich und liebevoller Aufmerksamkeit für mich. Wo ich, wenn ich auch nur einen dieser beiden Konzentrationspunkte nicht mal weglasse oder nach einer Weile vergesse, wir kein liebevolles Miteinander mehr haben. Sowohl wenn ich meine Bedürfnisse und mein Sein und meine Grenzen nicht mehr beachte, wird es automatisch unliebevoll. Und wenn ich deine, wenn wir in Interaktion sind, wenn wir zusammen sind, deine Bedürfnisse vergesse, dann wird es auch unliebevoll. Also ist die Anforderung, und das ist dann eben ein liebevolles Miteinander, dass beide, wenn es nur um zweier Konstellation ist, ja noch das Simpelste, schon bei drei oder vier Menschen wird es richtig interessant, dass zwei Menschen auf eine Weise zusammen sind, wo beide liebevolle Aufmerksamkeit für beide haben. Und wo wenn auch nur einer von beiden aufhört, für beides liebevolle Aufmerksamkeit zu haben, also sozusagen nicht bewertendes Wahrnehmen dessen, was da ist, sag ich mal, bei Menschen, dann wird sofort das Miteinander unliebevoll. Und das erklärt an sich schon relativ schnell, warum das meiste unserer Interaktionen und unserer Beziehungen und unseres, ja, was wir so Miteinander so treiben, unliebevoll ist. Weil das ist bereits ganz schön anspruchsvoll. Und wieder, ich gehe davon aus, dass es aber nicht immer anspruchsvoll war. Ich gehe davon aus, dass das Mal vor langer Vorzeit die natürliche Art war, wie wir miteinander umgegangen sind, weil wir nicht so abgelenkt waren. Es gab einfach nicht so viele Dinge. Es gab dann auch ein paar Gegenstände. Es gab viel Natur, die wir wahrscheinlich auch sehr anders wahrgenommen haben als heute. Aber es gab nicht so viel Zeug und es gab nicht so viele Verpflichtungen und so viele Ereignisse. Es gab weniger. Und dadurch war sozusagen unsere natürliche Fähigkeit, mit unserer eigenen begrenzten Aufmerksamkeit umzugehen, hat da besser reingepasst. Und seitdem wir also eine Welt gemeinsam hervorgebracht haben, das ist ja auch eine Leistung, die voller Zeug, voller Dinge ist, die wir aber auch nicht mehr loswerden können, diese Option haben wir nicht. Es gibt ja Leute, die machen das dann und leben in einer Wohnung, wo kaum Zeug drin steht oder gehen ins Kloster oder machen irgendwelche lustigen Dinge. Ich glaube nicht, dass das Lösungen sind, aber das führt hier zu weit. Jetzt habe ich den Faden verloren. Egal. Ich komme wieder einigermaßen hin. Ich glaube, dass wir alle Überforderte sind von der Welt, die wir gemeinsam hervorgebracht haben, weil sie sozusagen zu dem, wie wir aufmerksamkeitstechnisch gestrickt sind, ohne dass wir das ändern können, wie wir gestrickt sind, dass das nicht zusammenpasst. Und insofern also stresst uns die Welt, die wir selbst hervorgebracht haben. Das müssen wir auch erst mal schaffen als Spezies. Haben wir geschafft, wir Menschen. Und da kommen wir auch nicht mehr raus. Das ist also sozusagen auf eine gewisse Weise ist es wirklich eine Sackgasse. Aber nicht unbedingt eine Sackgasse. Also Sackgasse ist noch das falsche Bild. Eine Einbahnstraße. Also nicht unbedingt ist da am Ende die Mauer. Aber sozusagen, wir können nicht zurück, wir können nicht umdrehen. Wir können nicht wieder zurück zu den alten Zuständen, die wahrscheinlich sachgemäßer, der menschlichen Natur gemäßer und eben auch liebevoller waren. Also ich gehe davon aus, dass dieses liebevolle Miteinander, von dem ich hier schwadroniere, uns mal ganz leicht gefallen ist, weil es einfach weniger Ablenkung gab. Und mehr Zeit. Und weniger Stress. Die Frage ist, wie stressvoll waren die Umwelten, in der die Spezies Mensch groß geworden ist, wirklich? Es gab wahrscheinlich Naturkatastrophen, die uns sehr viel Angst gemacht haben. Es gab Raubtiere, die uns sehr viel Angst gemacht haben. Es gab Verletzungen oder auch Krankheiten, die uns wahrscheinlich sehr viel Angst gemacht haben. Es gab wahrscheinlich Hungerphasen, an denen auch viele Menschen wahrscheinlich eingegangen sind, die uns auch massiv gestresst haben. Also wer schon mal richtig gehungert hat, weiß, was für ein Stress das für alles ist, für den ganzen Organismus und auch für die Psyche. So, also, das gab es sicher alles. Aber die Frage war, ist durchaus auch, wie stressig war es die meiste Zeit, für den Mensch einfach da zu sein und zu existieren. Und wahrscheinlich war es nicht so stressig wie heute. Also insofern darf man durchaus russuistisch sagen, dass teilweise der Zivilisationsprozess, der eine wirklich Wahnsinnsleistung ist von uns allen, auch auch, auch, nebenher auch, ein Verlustgeschäft war. Also wir haben viel verloren. Und wir können dieses, was wir verloren haben, nicht wieder zurückholen. Und das zu würdigen, hat auch wiederum was Liebevolles. Kommt es zumindest mir vor. Also sozusagen anzuerkennen, dass wir alle überforderte und dass wir alle gestresste sind und dass wir auf eine gewisse Weise dafür gar nichts können. Sondern es ist einfach so. Wir leben in einer stressigen Welt, die wir gemeinsam beständig hervorbringen, ohne diesen Stress nicht hervorbringen zu können, ohne das abstellen zu können. Und das ist eine ganz spezifische Form von Ohnmacht, die derzeit noch wenig Anerkennung erfährt. Das ist menschliche Ohnmacht. Also es ist auf eine gewisse Weise die Ohnmacht des Menschen vor sich selbst beziehungsweise genauer die Ohnmacht des Menschen vor dem, was er gemeinsam als Gesellschaft hervorbringt, ohne das abstellen oder ändern zu können. Also die Dynamiken und Prozesse, die wir gemeinsam, nicht als Einzelne, sondern gemeinsam hervorbringen. Und davon ist natürlich eine der wichtigsten oder zentralsten, einfach die Zivilisation an sich. Und da kommen wir nicht raus. Also was ich damit sagen will, es gibt einen liebevollen Blick darauf, warum wir das Liebevolle so selten realisieren können. Also nicht eine Art, wo wir nicht eine Art Metastress erzeugen, nach der Devise, warum verdammt nochmal bin ich nicht liebevoller? Das muss doch gehen! So, ne? Wo wir das nicht machen. Wo wir sagen, okay, es ist schön, ich hätte gern mehr davon, aber es ist schwer. Unter den gegebenen Umständen ist es schwer. Und das geht auch nicht nur mir so, das ist so. Ich weiß nicht, wem das was hilft, mir hilft es ein Stück weit. Nicht sehr, muss ich zugeben, also es ist jetzt nicht die wahnsinnig frohe Botschaft, aber so ein Hauch an Metastress nimmt es vielleicht raus. Also wenn man nicht einen moralischen Imperativ aus dem Liebevollen macht, sei liebevoller, sei empathischer, sondern sagt, ja, waren wir wahrscheinlich mal, ist heute halt schwer. Unter den heutigen Bedingungen, unter denen wir alle stehen, in der heutigen Situation, in der wir alle sind, natürlich auch unter der Hand, dann auf sehr unterschiedliche Weise. Also es geht, ich rede ja jetzt hier von einer Situation des Menschen, einer Conditio Humana, moderna, oder was soll ich, magna sozietas, großgesellschaft, magna sozietatis, also der Großgesellschaft. Also ich rede ja hier, als gäbe es eine, eine menschliche Bedingung, oder eine menschliche Situation, die Realität ist, wir haben alle unterschiedliche Situationen. Aber das Gemeinsame ist möglicherweise, dass das Leben in einer eben zivilisierten Großgesellschaft uns alle stresst und auch gar nicht anders kann, als uns alle zu stressen, weil wir dafür nicht gemacht sind und auch nie gemacht sein werden. Also in absehbarer Zeit nicht, das heißt, in den nächsten paar, weiß ich nicht, wie viele Millionen Jahre man da ansetzen muss. Aber möglicherweise auch nie, ja, also auch wenn es sowas wie Evolution gibt und biologische Weiterentwicklung, ist sie nicht beliebig möglich. Ja, also sozusagen, Evolution ist kein Wunschkonzert, wo man einfach sagt so, wir werden alle Wesen mit Superkräften, die sich an Beliebiges anpassen können. Es ist völlig normal im evolutiven Prozess, im biologischen evolutiven Prozess, dass eine Spezies sich an bestimmte Dinge nicht anpassen kann. Das ist Standardprocedure, ja, das ist ein alltäglicher Vorgang, ja, dass es Grenzen der Fähigkeit der Selbstveränderung gibt. Und das haben wir Menschen offenbar aus bestimmten Gründen nicht so gern. Wir haben praktisch die Story, der Mensch kann sich an alles anpassen. Er kann sich beliebig verändern. Und das stimmt einfach nicht. Wir sind erstaunlich anpassungsfähig, relativ zu einigen anderen Tierarten. Aber wir sollten dieses Bild nicht übertreiben. Also nur weil wir uns an vieles anpassen konnten bereits und uns auf erstaunliche Weise verschiedene Weisen schon verändert haben, heißt das nicht, dass wir uns beliebig verändern können. Und das wiederum ist ein liebevoller Blick auf die Menschheit an sich möglicherweise. Oder zumindest das Einfallstor für einen liebevollen Umgang der Menschheit mit sich selbst. Also Anerkennung der eigenen Grenzen. Wo dann dieses Bedenke, dass du ein Mensch bist, bedeutet irgendwie sowas wie, nicht nur Bedenke, dass du kein Gott bist, sondern auch Bedenke, dass du keine Superwesen, irgendwas über Menschen, Tralala, Superhelden, Blabliblub bist. Also keine Spezies, die sozusagen alles kann und sich an alles anpassen kann. Sondern vieles wird uns einfach bleibend stressen. Und das anzuerkennen, ist vielleicht der erste Schritt ins Liebevolle. Was wir dann damit machen. Also ob wir dann trotzdem sagen, ja, ich will aber das und das erreichen und deswegen stresse ich mich und ich lebe mit dem Stress und dann bin ich halt nicht liebevoll, Pustekuchen, ja. Und dann kriege ich halt komische Krankheiten, weil ich mich die ganze Zeit stresse. Aber das ist es mir wert, ja. Live fast, die young und so. Das kann ja durchaus ein Schluss aus der Sache sein. Aber zumindest macht man sich da nichts vor. Dass man also beides haben könnte. Das Erreichen bestimmter Ziele und gleichzeitig ist es liebevoll sein. Wir müssen also wählen. Ist es mir das wert? Und insofern gehe ich davon aus, dass Menschen, also die dieses, was auch immer es ist, wir nennen es jetzt mal Diffuse, das Liebevolle etwas mehr realisieren in ihrem Leben als so der Durchschnitt der heutigen lebenden Menschheit, das sage ich jetzt mal ganz dreist, also etwas mehr als andere. Deswegen, weil sie liebevoll mit sich selber umgehen und mit anderen Menschen und mit dem, was sie so umgibt, bestimmte Dinge einfach nicht machen und nicht erreichen können. Das ist der Preis. Und nur der Vollständigkeit halber, ich möchte jetzt hier kein großes Heilversprechen machen, aber sei darauf hingewiesen, dass zumindest in diesen komischen Geschichten von den inneren Kampfkünsten, ich verlinke auch das Buch, auf das ich mich da beziehe, hier unten, wer das sich reinziehen will, ist nicht wirklich wichtig, aber wer es dann haben will, kann es sich selber dort mal anschauen, dass zumindest der Mythos geht bei den Anhängern der sogenannten inneren Kampfkünste, dass nach sehr, sehr langer Zeit, nicht nach ein paar Jahren, sondern nach sehr, letztlich lebenslangem Kultivieren des Liebevollen, die Meister der inneren Kampfkünste, die Meister der äußeren Kampfkünste übertreffen. Also wenn die dann im Ring zusammenstehen und jemand hat hart trainiert, hat sich viel zugemutet, ist durch den Schmerz durchgegangen, hat die aggressiven Kräfte des Tieres genutzt und gezügelt und für seine Kampfkunst nutzbar gemacht und der andere, ich nenne es jetzt mal ganz bescheuert, hat nur das Qi kultiviert, also ist im Liebevollen geblieben, ohne sich diese, also hat durchaus auch trainiert, aber eben nicht mit dieser Härte. Dann geht der Mythos, dass die inneren Meister, die äußeren Meister so gut wie immer besiegen, weil sie zum Beispiel die äußeren Meister die inneren Meister gar nicht erwischen. Ja, der andere stirbt dann also so im Kampf an der Schöpfung, weil dem anderen es kaum Kraft kostet, auszuweichen. Das ist so dieses berühmte Sei wie Wasser und so. Und nur darauf möchte ich der Vollständigkeit halber hinweisen, dass möglicherweise das Entspannte ganz am Ende, nicht kurzfristig, dem Angespannten doch überlegen ist, auch in Performance-Hinsicht. Hinsicht. Also, dass Menschen, die wir vielleicht, wenn wir nicht das Wort liebevoll verwenden wollen, die tatsächlich beständig investieren in Gelassenheit und in das Nicht-Anzapfern der Fight-or-Flight-Schaltkreise, ja, Kampf und Flucht, Angriff und Verteidigung, die also nicht mental, psychisch die ganze Zeit in einer Kampfwelt leben, sondern in einer entspannten, ja, geradezu naiv-paradiesischen Welt, in der praktisch, ja, ich werde mal esoterisch, in der das Universum kooperiert, ja, also in einem Bild von einem Universum, wo da kurz oder lang einem tatsächlich die Früchte in den Mund fliegen und es immer Gutes zu finden gibt, man muss nur die Augen und Ohren und die Nase und die Hände dafür öffnen, man muss nur bereit dafür sein, dass Menschen also, die nicht in einer Welt leben, innerlich, von ihrer Haltung her, in der sie kämpfen müssen die ganze Zeit, dass die am Ende auch von ihrer Leistungsfähigkeit ankommen, wo Menschen, die also die ganze Zeit in Anspannung, sich selber in Anspannung bringen und halten und auch ihre Mitmenschen um sie herum nie hingelangen können und wo wir uns das vielleicht eher bereit sind, das zuzugestehen, dass das so ist tatsächlich und nicht einfach eine Spinnerei ist mit Worten, die ich hier betreibe, ist vielleicht beim Thema Kreativität, ja, also so, wo wir allgemein eigentlich anerkennen, dass so ein Imperativ wie sei kreativ, ja, mit Druck eher selten Dinge hervorbringt, von denen wir dann hinterher sagen, also rein auf die Performance, auf das Resultat, auf das Erschaffene schauen, sagen, das ist wahnsinnig kreativ. Also für Kreativität scheint eine bestimmte Form von psychischem Zustand und Entspannung notwendig zu sein und das ist, wenn man die ganze Zeit in einer Kampfwelt lebt, mit wahnsinnig Anspannung halt schwer zu erreichen. So kommt es zumindest mir vor. Also das ist jetzt so sehr, sehr stückwegartig. Es gibt wahrscheinlich Leute, die dann darüber sehr viel wissenschaftlicher reden können, die dann über irgendwelche, ja, Hirnzustände etwas genauer benennen können und das auch messen können und so, wenn sie da zu lustig sind. Daran bin ich halt nicht sonderlich interessiert oder das finde ich nicht sonderlich hilfreich, zumindest nicht für mich. So, aber es gibt sicher andere, die darüber nochmal viel, viel kompetenter reden können, als ich das kann. und ich muss immer dazu sagen, ich agiere meistens in meinem Alltag tatsächlich nicht liebevoll. Ja, faktisch bin ich meistens im Angriff- oder Fluchtmodus, ja, oder Totstellmodus. Die drei, die drei, die drei göttlichen Zustände, da bin ich schon sehr oft, muss man sagen und bin also selten gelassen und ich bin offengesagt auch ein Mensch, der also antistressresilient ist. Also ich bin schneller gestresst als die meisten meiner Mitmenschen. Ja, also ich habe auch einen höheren Entspannungsbedarf und bei mir, ich bin schneller gestresst und der Stress hält länger an, so zumindest meine Eigenfremdwahrnehmung. Das kann auch ein Mythos sein, den ich mir über mich und meine Mitmenschen erzähle, aber es kommt mir so vor. Ja, also zum Thema Stress kann ich echt viel erzählen, weil meistens bin ich gestresst oder stresse mich selbst oder nutze meine Umwelt dazu, mich selbst zu stressen, wenn man es noch eigenverantwortlicher formulieren will. Also ich bin ganz sicher, alles möglich, aber ich bin ganz sicher kein Vorbild auf der persönlichen, menschlichen, ethischen Ebene, wo man sagt, ich mache es so wie der, weil ich mache das genau anders. Und auch darüber könnte ich viel erzählen. Warum? Aber das werde ich nicht in diesem Video machen, wenn überhaupt. So, ich lasse es mal so als Theorie, als theoretischen Gedankengang einfach jetzt so stehen und wünsche euch aber nichtsdestoweniger ein möglichst entspanntes, möglichst liebevolles Leben im Rahmen unserer heute stark begrenzten Möglichkeiten. Ceterum censio, Isonomiam esse sortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Demokratie, die Politie gelost werden muss, die nach meiner Einschätzung zu einer deutlich entspannteren Gesellschaft führen wird, wenn wir sie denn je realisieren. Das ist ein sehr, 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 sehr.